hallo liebe freunde ich bin immer noch unterwegs mit meinem fahrrad in neu isenburg und wir kennen schöne ausgebaute fahrradwege die mit solchen piktogrammen gekennzeichnet sind ja also ein fahrrad können wir hier erkennen ganz klar aber es gibt auch fahrradwege die speziell für frauen oder anal fans sind wie sind die gekennzeichnet das ist ganz einfach das möchte ich euch zeigen das sehen wir hier so wie sehen da fehlt doch was ganz eindeutig fehlt hier der sattel ja man darf ja auch nicht abrutschen also in diesem sinne haben wir wieder was gelernt und ich verabschiede mich hier aus neu isenburg und ich möchte euch natürlich auch noch einmal dieses und wunderbare piktogramm des fahrradweges für frauen und anal fans noch einmal zeigen